Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der 24 Stunden Livestream Ankündigung. Der Livestream startet heute um 20 Uhr, das heißt heute am 17.07.2015 bis 18.07.2015, 20 Uhr wird gestreamt. Sollte es irgendwie mal sein, dass der Livestream abschmiert, was auf jeden Fall sein wird, weil irgendwann mitten in der Nacht das Internet restartet wird und so weiter, dann wird das Ganze einfach hinten dran gehängt. Das heißt, umso mehr Zeit wir verlieren, umso länger muss ich dann halt auch streamen. Das heißt, dass es auf jeden Fall 24 Stunden werden. Ich bin total aufgeregt. Ich habe gestern die Nacht schon bis sechs durchgemacht, dann bin ich pennen gegangen, jetzt um 13.00 Uhr aufgestanden, jetzt haben wir mittlerweile schon halb vier. Das heißt, nicht mehr lange. Ich gehe jetzt wahrscheinlich nochmal kurz zwei Stunden schlafen, damit ich wirklich topfit bin für den Livestream. Esse mich noch voll, trinke mich noch voll und dann geht's los. Ich freue mich mega auf euch und auf einen coolen, coolen Livestream mit euch. Und wir werden einige Spiele spielen, deswegen ja, ich freue mich echt. Ich bin mega aufgeregt und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim Livestream. Wo ihr den findet, einfach in der Videobeschreibung twitch.tv slash bumstoggy. Dann kann es auch schon losgehen, Leute. Ich würde sagen, macht's gut. Holt rein, wir sehen uns dann im Stream. Ciao.